Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Es hat sich in meiner Entwicklungsversion schon einiges zum THW getan und das möchte ich euch zeigen. Es gibt aktuell bei euch ja auch schon hier den GKW. Der ist praktisch bei der Bergungsgruppe 1 dabei. Den gibt es praktisch kostenlos und das ist das Standardfahrzeug, sage ich mal. Beim THW in jedem Ortsverband gibt es noch eine Bergungsgruppe 2 und einen Zugtrupp. Das ist praktisch überall, ja ich sage mal die Standardausrüstung. Dann ergibt das zusammen einen technischen Zug mit einer Fachgruppe. Wir fangen aber an mit Bergungsgruppe 2 und dem Zugtrupp. Das Ganze wird es über sogenannte Ausbauten geben. Ich habe mich dagegen entschieden, das wie bei der Feuerwehr zu machen. Bei der Feuerwehr gibt es ja einfach die Stellplätze, die man ausbauen kann und dann kann man ein zusätzliches Fahrzeug hinstellen. Das möchte ich beim THW nicht machen, einfach aus dem Grund, weil das da anders funktioniert. Die haben praktisch immer Gruppen und Einheiten, die schon fest definiert sind und kriegen dann praktisch dazu die entsprechenden Fahrzeuge. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Zugtrupp haben möchte, dann kann ich den ausbauen. Ihr seht, im Moment kann ich nur ein Fahrzeug hinstellen. Wenn ich den Ausbau jetzt allerdings fertig stelle, dann seht ihr, kann ich zwei Fahrzeuge hinstellen. Das heißt, ich kriege automatisch den Fahrzeugstellplatz dazu. Wenn ich jetzt in den Fahrzeugmarkt reingehe, dann habe ich erstmal nicht genug Quedits, sehe ich gerade. Aber ihr seht auch schon, den GKW könnte ich nicht nochmal kaufen, weil ich dafür keinen Stellplatz frei habe. Ein MTW kann ich kaufen, da ist der Stellplatz verfügbar. Der Mehrzahlzweckkraftwagen könnte ich nicht kaufen, weil auch dafür kein Stellplatz zur Verfügung steht. So, ich kaufe jetzt mir mal den MTW für den Zugtrupp. Der steht mir jetzt hier zur Verfügung, sodass mein Zugtrupp praktisch komplett ist. Jetzt könnte ich hier die Bergungsgruppe 2 ausbauen. Das könnte ich hier mal gerade starten. Ich hoffe, ich habe jetzt natürlich nicht genug Quedits. So, ich stelle das fertig, habe dann im Fahrzeugmarkt jetzt den Mehrzahlzweckkraftwagen. Könnte allerdings keinen weiteren MTW anschaffen. Einfach, weil das beim THW praktisch auch genauso ist, dass man da praktisch die Gruppen hat, die Fachgruppen, die Trupps etc. und dann die entsprechenden Fahrzeuge dafür kaufen kann. Genau. Wie stelle ich mir das Ganze jetzt mit der Ausbildung vor? Ich vereinfache das Ganze ein bisschen, weil ich denke, dass das System sonst zu kompliziert wird für einen Gelegenheitsspieler. Für jemanden, der beim THW ist, der wird gleich aufschreien und sagen, nein, stopp, das kann man auf gar keinen Fall so machen. Ich denke aber, wenn wir das mit der Ausbildung so machen, wie ich es jetzt gleich vorstellen werde, dann ist das ein ganz gutes System, was spieltechnisch gut funktioniert, aber auch für die THWler ein bisschen an der Realität dran ist. So, es wird ein neues Gebäude geben, die THW-Bundesschule. Diese THW-Schule ist jetzt hier in meiner Entwicklungsversion noch überhaupt nicht funktionstüchtig. Ihr seht, im Moment gilt sie noch hier irgendwie als Feuerwache. Wenn man sie aufruft, dann passiert noch gar nichts. Aber ich stelle mir das wie folgt vor, dass es für jede Gruppe einfach eine Ausbildung gibt. Das heißt, wir haben dann eine Ausbildung für die Behörungsgruppe 2, wir haben eine Ausbildung für den Zugtrupp und wir werden eine Ausbildung für die Fachgruppe Räumen haben. Damit ist dann praktisch alles abgeschlossen und man kann alle Fahrzeuge fahren, beziehungsweise die Leute können dann in allen Fahrzeugen einsteigen, die dieser Gruppe angehören. Das heißt, wenn ich die Ausbildung für die Fachgruppe Räumen habe, dann kann ich in jegliches Fahrzeug eingesetzt werden, was diese Fachgruppe Räumen besitzt. Ich weiß, das ist in der Realität ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist spieltechnisch ganz vernünftig, wenn wir das so machen, einfach weil es dann einfacher ist und wir da nicht tausend kleingegliederte Ausbildungen haben. Soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Spielen. Ich werde hier noch ein bisschen, beziehungsweise eine ganze Menge dran programmieren müssen, damit das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ihr seht den aktuellen Stand und ich würde sagen, wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.